In der Schweiz hat der Bundesrat die Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verstärkt. Das Ziel sei, eine Überlastung von Krankenhäusern zu verhindern, hieß es in einer Mitteilung. Vorgeschrieben ist jetzt unter anderem, mindestens zwei Meter Abstand zu Mitmenschen zu halten. Ansammlungen von mehr als fünf Personen, die sind verboten. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Busse rechnen. Das Baugewerbe und die Industrie sollen weiterarbeiten können, aber sie müssen sich an die Abstandsregeln und Hygieneregeln halten. Und Betriebe, die sich nicht daran halten, werden geschlossen. Als Baustein, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten, ist Paket und Lieferdiensten nun gestattet, Sendungen auch an Sonntagen auszuliefern. In der Schweiz gibt es mehr als 5200 Ansteckungsfälle und 54 Tote.